Hi liebe Marketer und solche, die es werden wollen. Mein Name ist Frank Puscher. Ich arbeite seit 22 Jahren als Journalist und Berater in den Themenfeldern Online-Marketing und E-Commerce. In diesem Video-Training werde ich Ihnen die Grundlagen des AB-Testings näher bringen. Sie benötigen keinerlei Vorkenntnisse. Grundlegende Kenntnisse von Web-Analyse, insbesondere des Trackings, sind erwünscht, aber nicht zwingend notwendig. Das Training ist plattformneutral. Es spielt also keine Rolle, ob Sie am PC, an einem Linux-System, an einem Mac oder auf dem iPad arbeiten. Der AB- oder Vergleichstest ist eine der wichtigsten Grundlagen im E-Commerce und Online-Marketing. Dank Digitaltechnik haben Sie die einzigartige Möglichkeit, jedwede Veränderung Ihrer Website auf Ihre Wirksamkeit hin zu überprüfen. Und zwar nicht mit einem irgendwie zusammengestellten Team aus Testpersonen, sondern mit echten Nutzern. Das führt Sie im Idealfall zu einer schrittweisen Optimierung Ihres Angebots. Gleichzeitig können Sie mit diesem recht einfachen Testansatz für sich herausfinden, ob frühere, erfolgreiche Tests anderer Unternehmen für Sie und Ihre Zielgruppe eine Rolle spielen. Doch AB-Testing hat auch Unzulänglichkeiten und Grenzen. Auch diese werde ich in diesem Training ansprechen. Wir bauen gemeinsam ein System auf, das zur Qualitätssicherung Ihres Web- und Shop- Designs sowie Ihres Online-Marketings führt. Damit können Sie auch künftige Diskussionen um die richtige Strategie auf einen analytischen Prüfstand stellen und die überschäumenden Emotionen aus so mancher Fachdiskussion heraushalten. Und nun wünsche ich Ihnen viel Vergnügen bei diesem Videotraining. Ich bin mir sicher, dass es Ihnen danach gelingt, mit Testing Ihre Website kontinuierlich zu verbessern. Vielen Dank!